Sich effektiv vor Allergien schützen und saubere Luft einatmen. Ja, hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich schaue mir heute mal an einen Lüfter, Luftreiniger. Und zwar seht ihr hier von Kowei, aber falls ihr es gar nicht wisst, dieses Modell ist baugleich zu dem Philips AC4072-11 Luftreiniger. Und es ist sogar so, dass Kowei im Auftrag von Philips produziert. Das heißt, wenn ihr euch den Kowei AP1008CH holen wollt oder vielleicht schon geholt habt, dann ist es eigentlich sogar ein bisschen günstiger. Also ich habe diesen Luftreiniger jetzt schon sehr, sehr lange und bin damit super zufrieden. Und ich hatte damals echt verglichen, was ist jetzt der Unterschied? Und dann habe ich herausgefunden, der Philips sieht im Prinzip bis auf ein ganz winziges Ende, die Beschriftung oben, hier wirklich absolut identisch aus. Und den einzigen Unterschied, den ihr habt bei Philips, kriegt ihr quasi den hauseigenen Philips-Filter mit dazu. Und hier sind die Filter ein bisschen anders. Also ich zeige euch mal gleich im nächsten Teil die Funktionen. Und dann machen wir auch nochmal einen Filterwechsel. Genau, denn das war nämlich auch einer der Hauptpunkte. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Was sind denn die Folgekosten bei so einem Lüfter? Und ich habe den jetzt schon viele Jahre benutzt. Und ich erkläre euch mal so ein bisschen, was ich da so festgestellt habe. Und dann können wir auch nochmal einen Ausblick machen. Denn den Lüfter habe ich jetzt schon seit 2015. Also wirklich sehr, sehr lange. Und mittlerweile gab es so ein paar Weiterentwicklungen. Und die stelle ich euch auch mal vor. Denn dieser Lüfter hat ja auch jede Menge Sensoren und so Automatikfunktionen. Und die neuen Lüfter sind jetzt vernetzt. Und damit, finde ich, zählt das eigentlich schon fast schon in die Kategorie Smart Home Gerät. Und ja, wer kennt dieses Problem halt nicht? Ja, im Frühling, wenn die Pollen fliegen, dann sind viele Leute quasi von diesen Allergiesymptomen belastet. Die Nase läuft, die Augen sind rot. Oder auch ganz einfach nur, wenn ihr saubere Luft haben wollt. Oder ihr findet bei euch oft viel Staub in der Wohnung. Dann kann natürlich so ein Lüfter wirklich extrem praktisch sein, um Allergiesymptome zu lindern. Um weniger Staub in der Wohnung zu haben. Und ich sag mal, in der Stadt, man hört das ja immer wieder, Diesel-Skandal, Feinstoffpartikel. Also da kann man sich wirklich, wenn man das möchte, nicht nur saubere Luft besorgen. Sondern ich finde, das Gerät sieht auch extrem stylisch aus. Also ich gehe gleich mal auf die Filter ein. Und gebe euch allgemein ein paar Tipps an die Hand. Was euch nützlich ist bei der Auswahl eures Luftreinigers. Und dieser verschiedenen Filterstufen. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und springen zu Teil 2. Und dann zeige ich euch mal die Funktion. Und zeige euch ein paar Nachaufnahmen von dem Lüfter und von den Sensoren. Und was ihr da so einstellen könnt. Also ich freue mich, dass ihr da seid. Los geht's! So Leute, ich habe jetzt hier mal die Kamera umgedreht. Wir sind zu Teil 2 gesprungen. Ich zeige euch jetzt mal die Funktion von diesem tollen Lüfter. Wie gesagt, der steht bei mir hier immer an dieser Stelle. Und ich finde auch, der sieht echt toll aus. Ich bin halt von diesen elektronischen Geräten echt so ein bisschen begeistert. Das ist so Hightech. Also da fließt viel rein, um so ein Gerät zu entwickeln und dann zum Markt zu bringen. Ich zeige euch hier mal von oben eine Nahaufnahme, wo ihr quasi hier die Steuersachen seht. Das ist hier zum Beispiel ganz interessant. Das ist der Lichtsensor. Der erkennt ganz genau, ist jetzt hier Tag oder Nacht. Und dann wäre es zum Beispiel so, wenn es jetzt dunkel wird in eurem Raum und ihr macht das Licht aus, dann merkt der Lüfter das sogar und müsste dann die Geschwindigkeit sofort runter regeln. Und ihr seht, hier gibt es nämlich einen Ruhemodus. Wenn ihr zum Beispiel nachts nicht vom Lüfter gestört werden wollt, könnt ihr auch diese Ruhetaste drücken. Dann ist er wirklich sehr, sehr leise und mutig. Hier kann man auch noch die Beleuchtung, hier ist nämlich so ein Leuchtring. Der Leuchtring zeigt euch im Prinzip immer die Luftqualität an. Und im Automatikmodus regelt ja auch die Geschwindigkeit sehr, sehr cool praktisch selber. Denn der Lüfter hat ja wie gesagt hier an der Seite so einen Sensor drin. Ich lege das am besten mal jetzt hier so ein Bild oben rüber. Dann könnt ihr sehen, da ist so ein kleines Sensorfach. Und wenn der Lüfter jetzt so wie jetzt an ist, dann zieht er quasi hier an den Seiten die Luft rein und pustet die, da ist so ein drehendes Rad drin, oben wieder raus. Und so ein bisschen kommt immer an dem Sensor vorbei. Und der Sensor merkt quasi, wie viele Partikel jetzt in der Luft quasi schweben. Im Moment ist die Belastung sehr schwach, deswegen leuchtet es blau. Wenn es jetzt ein bisschen stärker werden würde, würde sich die Farbe zu lila ändern. Und wenn es sehr, sehr wirklich viele Schmutzpartikel in der Luft sind, Staub und so weiter, dann würde es auf rot sich ändern. Oh, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Der Fokus wird immer von meiner Hand abgelenkt. Also ihr seht, jetzt hat sich, also hat das ein paar Partikel hier erkannt. Und die Farbe hat sich zu lila geändert. Und er ist hier oben eine Stufe höher gesprungen. Und da weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Staub aufwirbeln kann, vielleicht wird es dann auch noch rot. Also ich dachte, was mir halt gut gefällt, ist wirklich das Design von diesen Lüftern. Das Design und diese gesamte Konzeption. Und ja, in der ersten Stufe ist er auch überhaupt nicht laut. Jetzt in der zweiten Stufe, na gut, das hört man schon. Aber ich finde, es ist jetzt nicht unangenehm. Und ja gut, ab Stufe 3 finde ich, dann ist es halt schon lauter. Aber das ist auch normal. Und normalerweise, wenn er jetzt mehr Luft durchzirkuliert, dann fetert er es ja auch wieder sauber. Und dann geht es gleichzeitig wieder runter. Nun gut, rot wird es jetzt gerade nicht. Das ist ein bisschen der Vorhelfe-Effekt. So viel Staub habe ich jetzt hier, glaube ich, auch nicht am Start. Ja, aber ihr seht, diese Automatikfunktion funktioniert gut. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, die Automatikfunktion auch ausschalten. Dann würdet ihr hier auf den Geschwindigkeitsknopf drücken. Und was ich auch super finde, ist, ihr merkt ja, ich habe jetzt gerade umgeschaltet. Und es dauert immer einen kleinen Moment. Man drückt quasi drauf und dann ist wie so ein ganz kurzer Zeitverzug von ein paar Sekunden. Und dann fängt er auch an, nicht einfach ruckartig, sondern er fährt die Geschwindigkeit langsam runter. Und dadurch wirkt das auch alles sehr, sehr, sehr sanft und gut abgestimmt. Ich lasse es jetzt aber mal auf dem Automatikmodus. Und was mir auch noch einfällt, diese Automatikfunktion ist halt, wie gesagt, auch super. Oder was jetzt angeht, zum Beispiel Strom zu sparen. Denn stellt euch vor, der Lüfter hätte keine Sensoren und ihr würdet den auf anschalten. Dann würde der die ganze Zeit laufen und Strom verbrauchen. Das ist natürlich ganz klar mit dieser Automatikfunktion. Wenn jetzt, so wie jetzt, nur wenige Partikel hier quasi erkannt werden, dann läuft der jetzt noch eine Weile weiter und irgendwann merkt er dann, okay, ich laufe weiter, ich laufe weiter. Aber es werden keine weiteren Anstiege der Partikel erkannt. Dann kann ich mich jetzt auch mal für eine halbe Stunde oder so ausschalten. Dann geht er irgendwie eine Weile aus, wartet so ein bisschen. Und dann springt er irgendwann plötzlich nochmal unvermittelt an, zirkuliert so ein bisschen die Luft, guckt wieder, kommen hier ein paar Partikel an dem Sensor vorbei. Falls ja, dann läuft er natürlich weiter oder springt höher. Falls nein, dann merkt er, okay, da war jetzt wieder nichts. Dann schalte ich mich mal wieder für eine halbe Stunde aus. Und so guckt er quasi immer ein bisschen nach, bringt die Luft immer so ein bisschen in Bewegung und ist dann halt auch wirklich immer nur kurz an. Also dadurch, sag ich mal, wenn ihr jetzt auf Arbeit seid oder ihr fahrt in den Urlaub oder was auch immer, dann könnt ihr den getrost auf die Automatikfunktion schalten lassen. Der guckt immer mal nach. Wenn was da ist, füllt er das raus und ansonsten schaltet er sich aus. Wie gesagt, den Sensor für nachts hat er ja auch. Und damit, finde ich, ist es echt prima konzipiert. Ich würde sagen, jetzt hat er gerade wieder was erkannt, wir springen jetzt mal zum Filterwechselteil. Ich mache mal vorne diese Klappe ab und zeige euch mal, was da drunter sich jetzt schon angesammelt hat. Denn der Filter, der da jetzt drin ist, ist schon ziemlich alt. Und wir wechseln einfach mal den Filter aus. Also los geht's. So Leute, dann sind wir jetzt mal zum Filterwechselteil gesprungen. Der Filterwechsel gestaltet sich eigentlich immer ganz, ganz einfach. Ihr könnt hier so ein bisschen an der Seite rangreifen. Ich hoffe, man sieht das hier. Hier ist quasi der Lufteinlass auf beiden Seiten. Und dann zieht ihr so ein bisschen und dann geht das wirklich sehr, sehr leicht ab. Da ist so ein magnetischer Mechanismus hier auf der Rückseite, mit dem das eigentlich sehr, sehr einfach in Position gehalten wird. Kommt ihr zur Wartung immer prima ran. So, und ich habe jetzt mal die Vorderseite beiseite gestellt. Und ihr seht, dass hier verschiedene Filter hinter so einer Art groben Vorfilter sind. Und ihr seht, auf diesem schwarzen groben Vorfilter, den kann man rausnehmen, ganz einfach, und dann absaugen. Ihr seht hier schon, da ist wirklich total viel Staub, der sich hier schon mit der Zeit angesammelt hat. Also ist die Reinigung mal wieder überflüssig. Die Filterwechselanzeige war jetzt noch nicht an. Also ihr könntet ihr wahrscheinlich auch noch länger weiter betreiben. Aber ich würde sagen, das ist, also erstens mal ist das von der Umgebung abhängig. Bei dem einen ist halt vielleicht nicht so viel Staub, bei dem anderen mehr. Also guckt halt vielleicht einfach ein, zweimal im Monat, sage ich schon zweimal im Monat, einmal im Monat nach. Und dann seht ihr, wie der Zustand ist. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das hier so rausnehmen und absaugen. Das mache ich mal, ich nehme das jetzt mal raus, dann saugen wir das ab. Und dann tauschen wir den eigentlichen Filter, der dahinter ist. So, und wie gesagt, ihr könnt beides benutzen, hier den Staubsauger. Ich zeige euch das mal hier und da kommt wirklich ordentlich was weggesaugt. Und wenn ich euch hier manchmal auch mal die Nahaufnahme zeige, quasi vorher und hinterher, seht ihr schon. Also das ist echt ziemlich heftig hier. Echt mega viel Schmutz, der sich hier angesammelt hat, wenn man das mal hier so guckt. Ich hoffe, man sieht das hier. Also reinige den Vorfilter häufig. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, schwuppdiwupp. Also ihr seht, es ist wieder wie brandneu. Ich habe es abgesaugt. Und danach sogar noch einmal mit so ein bisschen Spüli und Wasser komplett abgespült und schön getrocknet. Also das ist jetzt auch komplett wieder wie neu. Wie gesagt, wenn ihr es dann zusätzlich noch mit Wasser abspült, dann müsst ihr es, bevor ihr es wieder einsetzt, auf jeden Fall komplett hundertprozentig trocknen lassen. Denn der eigentliche HIPAA-Filter, der verträgt auf jeden Fall keine Feuchtigkeit. Das hatte ich auch mehrmals in Foren quasi oder so in Kommentaren gelesen, dass Leute gesagt haben, das kann ja passieren, dass mein Filter dann irgendwann anfängt zu muffeln. Ja, ist natürlich A, kann es eine ganz normale Abnutzungserscheinung sein. B, kann es auch von der jeweiligen Umgebung dann abhängen. Also ist natürlich nicht jede Wohnung ist gleich, nicht jeder Standort ist gleich. Und wie gesagt, der wichtigste Grund ist natürlich, dieses ist natürlich hier so ein HIPAA-Filter-Material und da sollte auf keinen Fall Feuchtigkeit reingelangen. Denn, sag ich mal, ihr stellt es jetzt irgendwie dummerweise in der Nähe vom Bad auf und ihr wisst ja, ihr badet euch irgendwie und dann ist immer der Spül beschlagen, hohe Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit, irgendwie kommt das hier in den Filter rein und dann macht ihr den Filter aus und fahrt in Urlaub und zwei Wochen später seid ihr wieder da. Dann kann natürlich, wenn hier Feuchtigkeit reingelangen, also erstmal sollte nicht zu viel Feuchtigkeit reingelangen. Und wenn überhaupt Feuchtigkeit reingelangt, dann deswegen sage ich auch, lasst den immer ruhig auf Automatik laufen. Denn so kann, falls mal ein bisschen zu hoch die Luftfeuchtigkeit ist, kann das auch wieder rauskommen. Aber wenn ihr es dann stehen lasst, dann geht das auf jeden Fall nicht. So, und ich hoffe, man sieht das jetzt hier so ein bisschen. Also hier ist auf jeden Fall auch haufenweise Staub drin. Der Filter war mal komplett weiß. Ich hoffe, man kann das jetzt hier gut sehen. Kann man wahrscheinlich nicht so gut sehen. Aber ich kann hier auch noch mal kurz mit dem Staubsauger rangehen, dann müssten sich ja da was entfernen. Vielleicht sieht man da so ein Vorher und Nachher. Aber ich hoffe, der Staubsauger ist nicht zu laut. Ich kann das hier so ein bisschen vorführen. Na gut, ist jetzt so ein bisschen der Vorführeffekt. Aber auf jeden Fall, das Ding ist gut eingestaubt. Das ist jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre in Benutzung gewesen. Da würde ich ganz klar sagen, ist es jetzt hier Zeit, die neuen Filter reinzumachen. Und ihr seht ja hier auch ganz klar, da gibt es verschiedene Filter. Also ich habe jetzt hier den AP1008CH und da ist eine Laufzeit von 30 Monaten angegeben. Persönlich würde ich sagen, zwei Jahre ja, wenn ihr immer schön den Vorfilter reinigt und vielleicht auch mal den HEPA-Filter ganz vorsichtig absaugt und dann entlastet es natürlich. Diese Filtersorten habe ich hier noch nicht getestet. Das ist irgendwie HEPA, MCC war, glaube ich, Multicare Komplex. Das ist halt hier so bei, wenn ihr jetzt halt nicht den Philips genommen habt, sondern Coway, dann die HEPA-Filter sind, glaube ich, relativ ähnlich. Aber zum Beispiel hier dieser Vorfilter A3, das ist im Prinzip unter Vakuum mit Metallisier... Also ich glaube, im Englischen sagt man Vacuum Metalized Nanosilver. Also mit quasi Aktivkohle, mit einer im Vakuum nanobeschichteten Silberoberfläche. Und ist natürlich klar, Silber tötet dann die Bakterien ab. Hilft auch nochmal und das ist das kleinere Modell. Ich würde eigentlich immer, wenn ihr könnt, zu den größeren Lüftern greifen, weil ich finde, das macht sich einfach besser. Also wie gesagt, ich kann das hier immer daneben halten. Das ist hier die Rückseite, das ist die Vorderseite und ihr seht, das ist natürlich deutlich heller. Und hier ist quasi dieser mit... Hier die Rückseite, das ist quasi Aktivkohle. Und die Aktivkohle ist halt mit Silber beschichtet. Und so werde ich das jetzt hier mal austauschen. So, und wie ihr hier sehen könnt, ich habe den Filter mal eingelegt. Und da ist quasi der HIPAA-Filter, dann dieser A3-Nano-Filter und diese kleinen Ecken, wo ich gerade im Stift drauf gezeigt habe. Da kommt jetzt dieser grobe schwarze Vorfilter rein. Den klickt man einfach nur so in die Seite, der fängt dann das grobe ab. Und nach dem guckt ihr einfach ab und zu mal. Und dann könnt ihr diesen groben Vorfilter auch reinlegen. Ist hier ein bisschen schwer, das reinzumachen. Ihr habt jetzt mal alles über den Filter soweit gesehen. Und wisst, wie man hier quasi den Lüfter austauscht. Wir springen jetzt noch mal ganz kurz in den Computer und ich gebe euch einfach noch ein paar Tipps zur Auswahl. So Leute, und ich bin jetzt mal hier kurz in den Computer gesprungen. Ich habe mal hier so ein extra Slide vorbereitet. Und das kann ich ja auch mal, also ihr müsst es ja schon gesehen haben, in dem Video blende ich ja in der Seite immer was ein. Vielleicht habe ich das da auch schon mal eingeblendet, um euch das mal zu zeigen. Wie gesagt, ich habe jetzt mal beispielhaft vier Modelle rausgesucht. In meinem Fall habe ich jetzt halt hier den oberen, den Koei. Und da ist es halt so, dass der drei Filter im Prinzip hat. Ihr habt ja gesehen, die sind schwarzen Vorfilter. Dann einmal diesen nano-beschichteten sogenannten A3-Filter. Könnt ihr auch mal dann ein bisschen drauf achten, was genau, wenn ihr euch den Luftfilter holt. Ganz egal, welche Hersteller. Wie das gemacht ist, denn nämlich der größte Unterschied zwischen dem Original Koei war halt, dass der HEPA-Filter und dieser Nano-Filter irgendwie getrennt waren. Und im Vergleich dazu war halt das Philips-Gerät, was ja halt von Koei hergestellt ist. Da sieht es im Prinzip genauso aus, ist dann halt statt Koei Philips drauf gedruckt. Und aber Philips liefert den mit einem anderen Filter aus. Der müsste eigentlich auch genau die gleiche Größe haben. Nur ist der deutsche Filter so, dass das quasi, im Prinzip bekommt ihr da den HEPA-Filter. Aber der HEPA-Filter ist kein reiner HEPA-Filter, sondern es ist irgendwie so ein spezielles Mehrschicht-Design, wo verschiedene Elemente quasi in einen Filter so reingepresst sind. Also der hat vielleicht den gleichen Umfang, ist dann aber dafür dicker. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob ihr ein Mehrschicht-Filter habt oder ein modulares Design, wo halt mehrere Einzelfilter in einzelnen Modulen voneinander gepackt werden. Und die Erneuerung, die dann noch rausgekommen ist, jetzt vor kurzem, der kostet dann auch auf jeden Fall mehr. Dieser AC4550, der ist auch ein bisschen größer geworden. Also tiefer, tiefer sollte ich besser sagen. Und dadurch ist halt dieses Luftrad, was da hinten drin ist, was sich dreht, natürlich auch größer. Und er kann dann, soweit ich das verstanden habe, mit einer niedrigeren Umdrehungszahl oder bei gleicher Umdrehungszahl mehr Luft durchzirkulieren und hat dadurch auch so einen verbesserten CADR-Wert. Falls ihr nicht wisst, was CADR-Wert ist, könnt ihr ja mal googeln. Und wie gesagt, jetzt der zunehmende Trend, dass diese Geräte auch mit quasi Wi-Fi ausgestattet werden und ihr dann quasi auf eurem Handy mit der Smart-App immer gucken könnt, was der gerade misst. Also wie gesagt, er hat einen Lichtsensor, der neuere Internetverbindung, Smart-App und halt den Staubsensor. Kann sein, dass die es auch nochmal verglichen haben. Und um jetzt hier nicht nur Coway und Philips zu erwähnen, also die sind eigentlich relativ baugleich, habe ich jetzt mal hier noch quasi beispielhaft auch so ein Sharp hingeschrieben, den ich ganz interessant finde, weil bei Sharp ist es so, dass ihr dazu zusätzlich noch so eine Befeuchtungsfunktion habt. Und vielleicht kennt ihr das auch von manchen Autos. Also ich weiß nicht, ob jedes Luxusauto sowas hat, aber so höherpreisige Autos haben teilweise, könnt ihr mal drauf achten, auch hier so eine Plasma-Cluster-Ion-Technology. Und bin ich jetzt nicht so der Experte drin. Sharp hat aber gesagt, dass dieses Plasma-Cluster auch sich nochmal positiv auswirken soll. Ja, könnt ihr mir mal sagen, was ihr über diese Plasma-Cluster-Ion-Technologie denkt. Ist das alles Humbug oder ist das gefährlich beim Arbeitsschutz? Ich glaube, ich hatte auch irgendwann schon mal gelesen, irgendwer hat sich so ein Sharp-Ding auf Arbeit hingestellt und dann hat der Arbeitsschutz ihm das verboten. Aber ich glaube eigentlich, das ist relativ ungefährlich. Also diese Plasma-Cluster-Sachen, die sind auch in Japan schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren im Einsatz. Und ich glaube, Sharp hat das eigentlich beworben als so ein besonderes Feature. Kann ich ja mal extra nochmal gesondert, mich ein bisschen einlesen und euch dann erklären. Denn diesen Sharp würde ich hier gerne als nächstes reviewen. So, dann war es das jetzt soweit zu dem jetzigen Test. Ich springe jetzt mal noch zum Fazit-Teil. Ihr habt bis jetzt mal hier die verschiedenen Lüfter gesehen. Habt gesehen, dass die teilweise gleich sind, dass sie teilweise andere Filter haben, dass hier so ein paar neue Funktionen hinzugekommen sind und dass unterschiedliche Hersteller auch Befeuchtungsfunktionen beziehungsweise dieses Plasma-Cluster bieten. Also jetzt mal ab zum letzten Teil, Teil 4, dem Fazit. Super Leute, dann sind wir jetzt zum Fazit-Teil gesprungen. Ich habe euch mal wirklich jedes Detail nahegelegt, was ihr bei der Auswahl eines Luftreinigers beachten könnt, wenn ihr möchtet. Und hab euch praktisch mal gezeigt, was es für verschiedene Hersteller gibt, was da so die Neuerungen sind. Hab euch mal in meinem Fall hier eindeutig einen Lüftertausch, äh, Filtertausch gezeigt, von diesem wirklich schick designten koreanischen Lüfter. Wie gesagt, wenn ihr euch den Philips holt, müsst ihr das, wenn ich richtig informiert bin, auch von Kowei aus Korea kommen. Ich kann ja mal noch gucken, ob ich vielleicht mal so japanische Luftreiniger noch besorgen kann. Die haben ja oft diese Iron-Cluster-Technik, hatte ich euch ja gerade gezeigt. Und ja, wie gesagt, was haben wir noch behandelt? Ich habe euch mal daran erinnert, dass hier auch so ein Sensor drin ist. Der die Lüftqualität ständig misst und dass man den reinigen muss. Kann ich euch ja auch nochmal einblenden. Da habe ich euch gezeigt, dass da so eine Klappe an der Seite ist. Ich habe euch hier auch mal per Nahaufnahme die ganzen Funktionen am Lüfter dargelegt. Hab euch gezeigt, dass hier so ein schicker LED-Ring drin ist. Da könnt ihr halt immer sehen, es sieht besonders abends, sieht das dann wirklich schick aus. Habt euch daran erinnert, hier ist so ein Helligkeitssensor. Habt euch mal die Einstellung alle gezeigt. Auto-Modus, Silent-Modus, dass ihr es manuell einstellen könnt oder dass ihr es voll auf Automatik lassen könnt. Und so habt ihr wirklich mal eine gute Erfahrung sammeln können, wie ihr zum Beispiel auch hier die Lebensdauer möglichst lange gestalten könnt von diesen Filtern. Denn der Austauschfilter ist nicht ganz billig. Besonders bei Philips war der glaube ich noch so teuer, noch teurer. Aber wie das jetzt ist mit No-Name-Filtern, man kann natürlich auch No-Name-Filter reinmachen, kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte bis jetzt immer nur die Filter vom Originalhersteller, weil ich halt finde, dass besonders Kowei da relativ innovativ ist. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass deutsche Firmen auch mal ruhig solche Produkte herstellen. Es muss ja nicht immer alles aus Amerika oder aus Asien kommen. Wir können es ja auch ganz gut, Maschinenbau, Autobau, Zugbau, du weißt es ja, vielleicht wären ein paar Steuervergünstigungen für Unternehmen da ganz praktisch. Denn wie gesagt, Lohnkosten und Investitionen müssen sich ja auch abbezahlen. Und wenn es halt billiger ist, das im Ausland herzustellen, dann werden leider auch ausländische Firmen bzw. deutsche Firmen abwandern. Kostet immer Arbeitsplätze, finde ich ein bisschen schade. Aber das ist natürlich ganz klar, da ist so ein Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik gefragt. Aber ich schweife jetzt ein bisschen ab. Leute, ich lade euch noch ein, auf meiner Kanalseite vorbeizuschauen. Ich blende das mal hier ein. Da habe ich verschiedene Playlisten und ganz unten habe ich glaube ich auch eine Playliste, also habe ich nicht, glaube ich nicht, weiß ich, eine Playliste für Smart Home und so Smart Geräte. Die werde ich in Zukunft mal ein bisschen aufbauen oder ich mache eine extra Liste für Luftreiniger. Wenn ich mehrere Luftreiniger reviewt habe, könnt ihr mir ja in den Kommentaren unten da lassen, was ihr für einen Luftreiniger sehen wollt. Dann kann ich den vielleicht unter gegebenen Umständen mal besorgen und für euch testen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich sehe euch als Abonnent und im nächsten Video. Viel Spaß mit eurem neuen Luftreiniger, eurer Wahl. Bis dann, ciao, ciao. Ja und natürlich habe ich auf meinem Kanal noch ganz viele weitere Videos, wie hier zum Beispiel diese Funkgeräte. Ich habe halt so jedem Themenbereich immer so eine extra Playliste erstellt. Funkgeräte und Audio Equipment und Video Equipment habe ich jetzt schon jede Menge. Aber bei Lüftern könnt ihr mir mal sagen, was ihr noch für Lüfter gerne sehen wollt. Dann mache ich mal eine extra Playlist und teste da irgendwie mal, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal 10 Lüfter. Und dann könnt ihr euch da so ein bisschen vergleichen, denn da gibt es nämlich noch ganz viele andere Hersteller. Bis dann.